Hallo, mein Name ist Philipp Primoratz, ich bin 18 Jahre alt, ich spiele Innenverteidiger. Meine bisherigen Vereine waren der MTV Stuttgart, SGV Freiberg, SV Reutling und jetzt der Stuttgart Kickers. Meine persönlichen Ziele sind, mich jedes Training weiterzuentwickeln und das Beste zu geben. Und die Ziele mit der Mannschaft sind, die Meisterschaft zu kriegen.